Hallo und guten Morgen zu Tag 6 auf dem Rheinsteig. Das ist demzufolge heute auch schon unsere vorletzte Etappe. In sieben Tagen hatten wir uns nämlich vorgenommen für den ganzen Wanderweg. Wir haben hier eine sehr, sehr entspannte Nacht in diesem wirklich fürstlich großen Zimmer hier verbracht. Ja, haben heute als Ziel, ich muss noch mal kurz gucken, dass ich es nicht falsch sage, Steinbach am Wald uns vorgenommen. Und die Etappe dahin ist mit etwa 20 Kilometern ein bisschen mehr vielleicht. Auch wieder eher kurzer heute, bis vielleicht zur Entspannung nach den 30 Kilometern gestern gar nicht so schlecht ist. Zumal wir morgen auch noch mal fast 30 Kilometer dann als Endspurt sozusagen vor uns haben. Ja, aber wie gesagt, ungefähr 20 Kilometer heute bei bestem Wetter. Also ich weiß nicht, ob ich gestern schon mal gesagt hätte, dass es der warmste Tag war. Das stimmt nicht. Laut Wetterbericht wird es heute noch mal wärmer. Also wirklich an die 30 Grad heute und das ist im Mitte April ja wirklich noch keine Selbstverständlichkeit. Also mit dem Wetter haben wir wirklich so ein Glück gehabt auf dieser Tour. Aber gerade wenn ich so zurückdenke, was wir schon für Wetter hatten, als wir zum Beispiel vor zwei Jahren auf dem Hexenstieg gewandert sind, da habe ich noch keine Videos gemacht. Aber da lag Schnee und Eis noch auf den Wanderwegen. Und da haben wir uns, denke ich, auch mal so ein Glück verdient wie dieses Jahr. Wir haben unser Frühstück heute hier hochgebracht bekommen, sogar in den kleinen Zwischen-Küchen-Raum hier oben. Also ganz, ganz toller Service und das sieht wirklich fantastisch aus. Und zurück zum Rennsteig kommen wir heute direkt durch den Garten von unserer Unterkunft. Ja, hierhin, hier hinter dem Haus ist jetzt so eine größere Wiese und hier am Waldrand wäre eigentlich der Verlauf des Rennsteigs gewesen. Dadurch, dass wir halt zu der Unterkunft hier an der Straße wollten, sind wir jetzt halt gestern nicht diesen Schlenker gelaufen, sondern direkt an der Straße. Aber jetzt kommen wir dann hier vorn wieder auf den offiziellen Verlauf. Hier sind wir jetzt also wieder offiziell auf dem Rennsteig. Ein kurzes Stück nur, was uns da entgangen ist. Hier jetzt das Denkmal des Thüringer Wintersports. 100 Meter abseits vom Weg hier ein Abstecher zum sehr, sehr schönen Frankenwaldblick. Musik 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 Wir kommen jetzt hier gleich nach Spechtsbrunn, dieses kleine Dörfchen im Tal. Wir haben auf jeden Fall irgendeine ziemlich große Fabrik. Schauen wir aber herausfinden, was das ist. Musik 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 Wir laufen jetzt hier hinter dieser Fabrik vorbei, wo wir mittlerweile herausgefunden haben, dass dort Kunststoff hergestellt wird oder geformt wird. Und man muss sagen, so riecht es ja auch. Der Kunststoffgeruch hier ist nicht zu leugnen. Aber wir werden die Ecke hier auch gleich hinter uns lassen. Und dann geht es hoffentlich bald wieder in den Wald. Hier sind wir jetzt an der sogenannten kalten Küche. Hier wird der Rennsteck gekreuzt von der alten Handelsstraße von Leipzig nach Nürnberg. Und hier ist jetzt heute so ein Imbiss und so ein Naturpark-Informationszentrum oder sowas. Ja und hier auf diesem einladenden Imbiss oder an diesem einladenden Imbiss werden wir uns jetzt mal ein Eis schmecken lassen. Hier irgendwo müssten wir jetzt auch die Grenze nach Bayern überqueren. Denn unser heutiges Tagesziel liegt ja auch gar nicht mehr in Thüringen. Ich weiß nicht, ob man sich das nur einbildet, weil es auf den Schildern steht. Aber irgendwie wirkt die ganze Landschaft auch plötzlich ein bisschen bayerischer, habe ich das Gefühl hier. Man kommt jetzt immer mal an Kuhweiden vorbei und immer mal wieder so eine Lichtung mit so einer Bergwiese fast schon hier im Wald. Aber ist durchaus abwechslungsreich und unterstreicht mal wieder wirklich diesen, ja eben sehr abwechslungsreichen Charakter des Rennsteigs, den wir ja doch kennengelernt haben in den letzten Tagen. Das einzige was etwas stört, wir laufen jetzt schon mit kleinen Unterbrechungen schon seit dem Imbiss, wo wir Eis gegessen haben, auf Asphalt. Ich hoffe, das hört dann mal wieder auf. Das ist jetzt nicht ganz so schön. Hier ist es jetzt offiziell. Hier kommen wir jetzt nach Bayern. Das Zollhaus betrifft uns zum Glück nicht mehr. Wir dürfen einfach rüber. So, hier sind wir jetzt an der Stelle, wo man zwei Möglichkeiten hat auf dem Rennsteig zu wandern. Einmal hier geradeaus mit dem weißen R markiert der ursprüngliche Verlauf entlang der vielbefahrenen Frankenwald-Hochstraße. Da wir heute genug Zeit haben, werden wir der blauen Alternative nach links folgen. Die ist ein oder zwei Kilometer länger, verläuft aber dafür ruhig im Wald. Folgt jetzt nicht dem historischen Verlauf, aber ist dafür wohl der schönere Wanderweg. Wir kommen hier gerade über eine Waldlichtung. Die ist wohl durch den Sturm Kyrill vor einigen Jahren hier geschlagen worden. Man sieht jetzt so, wie langsam sich das hier kleine Bäumchen wieder zurückholen, die freie Fläche. Aber die Spuren hier noch deutlich zu sehen. Wir sind jetzt hier am Rastplatz am Roten Turm. Das war ursprünglich wohl mal ein Jagdsammelplatz. Und ja, ein Turm stand hier aber glaube ich nie wirklich. Es gibt hier nur diesen roten Baumpfahl. Und hier ist auch ein schattiger Rastplatz und den nutzen wir jetzt heute mal wieder für unsere Mittagspause. Wir machen uns heute mal wieder Reis und dazu gibt es dann mal wieder eine Konserve mit Fleisch und noch ein bisschen Ketchup. Den wollen wir nicht zum Spaß mitgeschleppt haben die ganze Zeit. Ach man sieht, wir haben schon auch gut dran gearbeitet. Ich hoffe, dass wir die erst vor drei Tagen oder so gekauft haben. Zwei Tagen? Zwei Tagen. So, nachdem wir wahrscheinlich die letzte selbstgekochte Mahlzeit auf unserer Wanderung gerade verputzt haben, werden wir uns jetzt auf die letzten Kilometer nach Steinbach machen. Wir haben uns, denke ich, jetzt entschieden, dass wir auf dem Alternativweg bleiben. In meinem Wanderführer wird ab jetzt empfohlen, aus Kilometergründen sozusagen auf den Weg an der Straße zu wechseln. Aber bei uns ist der ein bis zwei Kilometer Umweg relativ egal, da es erst 13 Uhr ist und wir nur noch vier bis fünf Kilometer ungefähr haben. Deshalb werden wir die längere Route, die aber hoffentlich schöner ist jetzt gehen. Kurze Korrektur. Ich hatte vorhin gesagt, es ist 13 Uhr. Das stimmt nicht. Wir sind 14 Uhr weiter gelaufen. Aber auch das ist, denke ich, noch ganz amtlich dafür, dass wir bald das Ende unserer Etappe erreichen. Und ja, wir sind jetzt, wie gesagt, immer noch auf der Alternative und im Gegensatz zu der ersten Hälfte davon, die ja doch recht unwegsam zum Teil war, also da waren viele Spuren von Forstarbeiten noch zu sehen. Holzreste und breite Reifenspuren und sowas. Es ist natürlich super, dass der Weg freigeräumt wurde. Er war auch gut zu begehen, aber teilweise eben, also ja, etwas unwegsam. Jetzt sind das hier wieder so breite, ja, große Forstwege eben, auf denen man auch ziemlich schnell vorankommt. Und halt auch immer leicht bergab. Wir haben die größten Aufstiege auf jeden Fall hinter uns jetzt auf dem Rennsteig. Die nächsten Tage haben wir auf jeden Fall deutlich mehr ab als Aufstieg jeweils auf den Etappen. Also heute und morgen. Genau. Wir kommen gerade, wie gesagt, ziemlich gut voran. Ja, wir haben jetzt hier schon Steinbach erreicht. Hier sieht man noch das Ortseingangsschild von hinten. Wir sind jetzt hier auch wieder auf dem Weg an der Straße. Und hier hat man jetzt mal einen kleinen Eindruck, was es bedeutet hätte, wenn wir nicht die Alternative gegangen wären. Also hier der Asphalt, Fuß, Schrägstrich, Radweg direkt an der Straße. Und ich denke, da haben wir alles richtig gemacht. Ja, und hier sehen wir jetzt schon den Kreisverkehr und den kleinen Kirchturm da von Steinbach. Und ganz in der Nähe hier müsste sich auch unsere Unterkunft für heute befinden. Nachdem die letzten Kilometer jetzt, wie gesagt, recht entspannt zu bewältigen waren, sind wir jetzt schon wieder gegen 15 Uhr angekommen in unserer Unterkunft für heute. Das ist hier das Ferienzimmer bei Familie Herrmann. Auch ganz zentral eigentlich am Weg gelegen. Wenige Schritte nur abseits vom Rennsteig. Und hier haben wir jetzt ein sehr, sehr schönes Zimmer im Dachgeschoss, sogar mit einer Küchenzeile. Und ja, hier werden wir, denke ich, auch nochmal einen sehr entspannten letzten Abend verbringen können. Und dann steht morgen halt nur noch der Endspurt an. Heute werden wir vielleicht auf jeden Fall nochmal einkaufen. Aber ich denke, es wird nichts Erwähnenswertes mehr fürs Video passieren. Deshalb würde ich mich an dieser Stelle dann schon mal verabschieden. Und sage daher dann Tschüss und bis morgen.